Willkommen zurück zu Splatoon 3. Ok dann, Verteidiger sind wir jetzt. Aber wir springen gegen das eigene Team. Oder? Ja. Wir springen gegen unser Team, ok. Ja, kann ich. Wir haben den Split. Hana, den Geco-Variante. Ok, aber die sind... Ok, der ist nicht herangekommen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das hier verteidigen. Ja. Hopp. Komm her. Kriege ich den noch? Ah, ja, haben wir. Warte ein bisschen. Ähm, komm. Komm. Noch sind wir in Führung. Ist das gut? Hopp. Komm her. Kriege ich den? Ja. Den kriege ich. Schwarmraketen habe ich da dabei bei der Waffe. Auch ok. Hopp. Das Signal hier können wir gut verteidigen. Ja, die kommen von der Seite. Wieder einer da. Hat er gut gemacht. Hopp. Hopp. Ja, versteckt sich da hinten. Komm. Liegen wir den noch irgendwie? Ja, da hinten. Er zieht sich eher zurück, bevor er hier ankommt. Angreift. Wir sollten schon aber auch auf sein Team gehen. Hier auf das violette Team. Weil Türkis hat ja nicht so viel gefärbt. Ja, aber die holen jetzt auch auf. Aber violett hier noch die größere Gefahr für uns. Und die haben ein Signal. Gut, jetzt haben wir auch noch ein Signal. Ähm, vielleicht hier noch ein bisschen bei uns drinnen färben. Könnte helfen. Hopp. Sind hier noch Gegner? Äh, eher nicht. Okay, vielleicht da noch ein bisschen was umfärben. Aber wir führen. Das ist gut. Hopp. Da haben wir die zwei an Visieren. Vielleicht können wir die ja treffen. Naja, nicht. Eher nicht. Gingen wir die noch? Aber sollten wir gewinnen. Ja. Sollten wir haben. Okay, dann schauen wir mal. Ja. Haben wir gewonnen. Okay, gut. Mal halt jetzt gegen das eigene Team. Aber ist ja auch okay. Hopp. Ja. Vielleicht kriegen wir ja nochmal die anderen beiden Teams. Ah gut, das sehen wir ja dann gleich. Und wir waren okay. Ja, und da kriegen wir auch wieder was dazu fürs Level. Ja, auch paar Punkte und dann sehen wir uns im nächsten Kampf. Wir spielen wieder gegen unser Team. Dieses Mal aber als Angreifer auch okay. Dann sehen wir die Seite auch gleich. Hopp. Dann haben wir Verteidiger und Angreifer schon gesehen. Hopp. Ja. Komm. Ja, vielleicht können wir irgendwie rein. Wäre ganz cool. Jetzt noch nicht. Später dann. Ja. Ja. Mal weg da. Hopp. Dann die Schwarmraketen da rein. Genau. Dann können wir drei von vier treffen damit. Vernerven. Ist okay. Mach, mach. Sehr gut. Warum geht der auf mich? Klar kann er machen, aber ist halt taktisch nicht gut für ihn. Hopp. Gut. So, vielleicht kriegen wir das zweite Signal noch. Müssen wir schauen. Hopp. Ja, da jetzt aber vorerst mal egal wer es bekommt. Komm. Ja, schade. Immerhin konnten wir den Countern runtersetzen. Notiert. Kriegen sie es hin? Äh, nein. Okay. Auch die Gegner haben es versucht. Sie versuchen es wieder. Ja, aber sie kriegen es. Ja. Perfekt. Okay. Damit können wir die jetzt auch attackieren, weil die Signale haben wir ja. Beide. Hopp. Komm her. Dann attackieren wir die mal. Hopp. Ja. ganz so durch. Durch die Mitte komme ich nicht. Hopp. Dann färben wir mal ein bisschen. Ein bisschen auch von Violetten umfärben. Also Orange können wir eigentlich da lassen. Solange die keine allzu große Gefahr für uns sind. Hopp. Dann schauen wir, lassen wir uns hier mehr Punkte holen. Hopp. Ja. Ich grieße hier noch was. Da ist noch einer. Ja, ein bisschen was bekommen wir noch. Hopp. Und noch mal da das Orange hier weg. Und dann würde ich wieder auf Violett gehen. Weil eben die in Führung sind. Wir können die Punkte halt gut gebrauchen. Aber werden sie machen. Gut. Damit haben wir auch als Angreifer gewonnen. Das sollte jetzt alles. Oh. Kein Problem sein. Müssten wir aber gehalten haben. Dann schauen wir mal. Ja. Haben wir gewonnen. Heißt wir haben 2 von 2 gewonnen. Vielleicht kriegen wir jetzt noch die anderen beiden Teams. Wäre ganz gut. Wenn ich dann spiele mal ein drittes Mal gegen das eigene Team. Hopp. Da wieder ein paar Punkte dazu. Und dann ab in den nächsten Kampf. Okay. Dann wieder ging das gleiche Team. Gerade eben noch die anderen beiden Teams gefunden gehabt. Und dann hat einer verlassen und die Runde wurde abgebrochen. Naja. Aber okay. Schauen wir mal ob es so klappt. Hopp. Ja. Weg da. Hopp. Hopp. Na ja. Wir haben noch ein bisschen. Kriege ich wen? Da kriege ich. Ist gut. Ja. Haben sie. Sehr gut. Hopp. Dann färben wir mal noch ein bisschen Orange um. Dass wir da leichter in die Mitte kommen. Ja. Schade. Hopp. Ja. Hopp. Komm mal her. Da ein bisschen färben. Dann da hoch. Hopp. Ja. Kriegen sie das. Sehr gut. Hat sogar unser Teamkollege bekommen. Was der versucht zu färben, weiß ich nicht ganz. Ich kriege so drei, vier Gegner. Hopp. Ja. Dann gehen wir mal auf Türkis. Hopp. Hopp. Na ja. Komm her. Dann färben wir mal hier ein bisschen um. Ja. Hopp. 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 Nein. Äh. Komm her. Vector. Vector. Nein. Äh. Ja. Ich hab beide. Ich hab zwei bekommen. Und dann kommt da so ein Stempel von hinten. Ja. Genau. Weißt du. Da kriegst du zwei. Und dann kommt da einer von hinten. Alles umsonst. Alles umsonst. Kann ich hier hinten bei uns noch was färben? Dass wir da ein paar Prozent noch dazu bekommen. Aber wir sollten schon auch noch dem Gegner was wegnehmen. Sind jetzt sogar in Führung ganz leicht. Das ist sehr gut vom Team. Da sind noch zwei. Hopp. Kann ich die ausschalten. Sehr gut. Einen hab ich getroffen. Ja. Das ist gut von unserem Team. Das machen wir echt gut. Ja. Schade. Sind ganz leicht in Führung. Ja. Aber die überholen uns gleich. Ja. Ja. Oder? Ist auf jeden Fall ein bisschen eng. Was das angeht. War jetzt am Ende ausgeglichen. Schauen wir mal. Er wird ganz knapp nicht gereicht haben. Aber okay. Immerhin. Haben wir gewonnen. Ging halt die anderen. Ein bisschen mehr. Aber okay. Gut. Dann haben wir alle drei gewonnen. Dann danke fürs Ansehen. Hoffe es euch gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ei rot schlumpf. Tschüss. �적 kommt jetzt. thin, alles klar. Ja, точap.